Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind in der alten Hochburg Ibsen, nach wie vor, haben gerade den Boss besiegt und ja, wir werden jetzt einfach wieder die Hochburg verlassen, weil hier ist ja, denke ich mal, nach wie vor nix, oder? Ja, das ist ja noch dasselbe, ne? Oh, Entschuldigung. Was wollte ich eigentlich machen? Na, weil der Gegner kaputt ist, habe ich gedacht, vielleicht tut sich was, ne? Nix da. Na, passt. So, alles gut. Dann würde ich sagen, wir hauen hier ab, Manu. Oh, Entschuldigung. Falsche Taste. So, nah, nicht rauf da. Ich will da weg. So, jetzt auch. Und nix für runter. Da kann ich ja nie drüber, ne? Na, da geht nix. Ach, warte, hier muss ich hin, ne? So. Ja. Jetzt passt an. Na. Und hoch mit uns. Ich glaube, hier rein. Ja. Wer baut denn sowas, bitte, ne? Zum einen steht das Schloss da auf dem Kopf. Und zum anderen, ja, keine Ahnung. Ich will aber auf jeden Fall da rüber. Das hat ja eine Druhe noch. Wie ging das noch? Ach ja, natürlich. Kampf. Total vergessen, wie das ging. So. IS-Magie. Feuer, Feuer. So. So, ich würde sagen... Tausend Stacheln. Angriff. Oh, stimmt. Da fehlt was. Geht's her. So. Da gibt's aufs Kuscheln. So. Genau, auf den Gargoyle. Heile brauche ich nicht, glaube ich. Vielleicht geht das auch. Eiko ist bald böse. Ich denke auch gerade. Boah, der hat gesessen. Verfehlt. Sehr gut. Super. Da kommt Freude auf. Schuss hat der eine. Na ja, da muss man wohl mit Sniplink da. Und so weiter. Vielleicht mit Füßigs. Dass das besser läuft. Hm, hm. Da. Der ist viel zu zerstörbar, oder? Also, nicht wortwörtlich, aber... Ich habe jetzt schon gehofft gehabt, dass Mimi ihn glättert, aber nein. Hat nicht ganz gereicht. Aber jetzt vielleicht. Oh, den Start mit Animation. Ja er hat. Okay. Ich werde sie jetzt gerne zu schauen. Oh, der ist in der Aaron hinten. Ja, bitte. Ich werde biasen hier. W murder. Ich werde euch nicht Friends. Und dann ? Oh, nein. Ich werde mich einfach genalieren. Ich werde, warum du Rform четыreut thrive? Oh, yes. So, weil du daatken? Und, next one. Okay, jetzt ist die einmal dran. So, das hat wieder nur gekitzelt. Ich würde sagen, ausgebildet ist es normal nicht mehr, aber... Ach, das ist ein starkes Braumarat. Jawohl, das war's mit dir. Ja, Jubel hat Aiko gelernt. Einmal für Zidane, einmal für Quina, Level Up jeweils. Einmal Phoenix, Feda, Saphir und fast 6000 Geld bekommen. So. Huch. Ah, warte. Nichts mit A. Da war ich wieder falsch. Wie komme ich da auf? Wie komme ich da rauf? Ich will diese Truhe haben. Da ist es ja verkehrt. Ich bin, bin ich von oben irgendwie dahin? Kann aber fast nicht sein, oder? Es muss ja von da sein. Ich glaube, ich weiß schon, wie. Wir gehen auf jeden Fall mal raus. Ich glaube, ich weiß schon, wie. Zuerst natürlich, dass wir sie mit denen, und dann nehmen wir an. Warte. Ah, okay. Was, dann hauen wir an, warte. Der ist fliegend. Der müsste normalen Darts vom Blitz und so. Wenn ich jetzt lossehe, wird mehr Damage bekommen, glaube ich. Und die Lebensflamme. Und die Lebensflamme. Okay, jetzt werden wir abwarten, bis Fiebel verstorben ist. Dann rufen wir noch einmal Phönixlein. Na, warte. Mach. Okay, jetzt kann ich Phönix rufen. Als nächstes werdet ihr... Okay. Wenn Phönix rufen mal rufen. Hä? Oh, versteinert. Das ist natürlich nicht so schön. Warum darf ich die Goldnarrung? Warte mal kurz. Okay, die ist ab. Aber ich glaube, auch Wolkina kriegt was. Er ist nur quasi... Wolkina's Attack. Oh, jemand hat Level ab erreicht. Ich glaube, das ist Eiko. Entschuldigung. Ich habe einen Tobas und fast 3000 Gild bekommen. Ähm, ich... Ähm, ja. Ich... Ja. Wir gehen nochmal ganz raus. Die Truhe ist mir nicht ganz geheuer. Ich habe... Na, das heißt... Ja. Ich habe es vergessen, wie man da raufkam. Aber ich habe eine Vermutung. So. Wir hauen hier ab. Ich habe es... Ich habe ein bisschen... Wie? Woha! Hey! Alles in Ordnung? Hier. Da war auf einmal dieses Loch. Ich bin ganz schön erschrocken. Sie schnappt wohl nur auf dem Rückweg zu. Das muss ja fast schon ein intelligenter Mechanismus sein. Was machen wir uns hier eigentlich einen Kopf? Hauptsache uns ist nichts passiert, oder? Lasst uns rausgehen. Draußen warten schon alle. Richtig. Und da irgendwo? Irgendwann putzele ich da auch mal runter. Glaube ich. Hier? Jawohl. Und dann landet man auf der Truhe, oder? Ja, richtig. So war das. Wow. Oder? Sagt man das so? So, wie komme ich da jetzt wieder runter? Ah, hier. Hüpf. Nein, da noch. Näääää. Ich wollte rauf, als hat er sich wieder mal verrissen tut. Jawohl. Und der Gratler natürlich. So, Folge an. Na? Das war der Falsche. Wurscht. Das haufen uns wirklich. Das heißt, es gibt tausend Schlagen. Ja, toll. Viel Schlagen. Wurscht. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Ich werde es mit einem Allheilmittel probieren, aber das würde scheinbar eher nicht funktionieren. Ich denke mal, dass das nicht helfen geht, oder? Oder? Ich werde es mit einem Allheilmittel probieren. Ich höre es einfach mal. Ich hoffe, dass er was plant. Ich höre es einfach mal. Ich habe es ja auch nicht. Und ich habe es ja auch nicht mehr. Ich habe es ja auch nicht mehr. Ich find's toll. Ah, warte, aber auf uns selber darf ich jetzt auch keine Heilungsvergabe zusetzen. Wachen tun. Weil wir dann gegen den Heilen tun. Das prallt nämlich auch ab. So, ich hab nichts mehr. Ich bin ab und bin gekriegt, raus. Das heißt, eigentlich geht's ja noch. Cool, er schläft. Das ist natürlich ein Feindgeschäft. Der ist mal weg. Das ist gut. Ich glaube, ich werde nicht wieder aufs Heilen konzentrieren. Shit. Jawohl. Ach, das war noch immer... Entschuldigung. Fehler. Ja, er war immer noch mit. Ich hab's vergessen. Übersehen, besser gesagt. Ich dachte, er wäre schon draußen. Da hab ich mich voll gefreut. Hier. Dann muss der Screener machen. Mit Himmelsbild. Oh, Alkohol ist sauer. Und zwar so richtig. Und jetzt wieder der Kohlflug. Das muss nie sein. Das gibt's ja noch. So, jetzt geht's ab. Und, ist er hin? Noch immer nicht. Herrschaftszeit. Aber jetzt auch, oder? Bibi, du kannst das. Auch nicht. Das ist natürlich jetzt, äh... Das ist natürlich jetzt, äh... Boah, Aiko mag die Schäfer. Oder die lebt. Dann bei Aiko. So. Wasser? Das war ja Abwehr, ne? Ah, da ist gar nichts noch. Neutral-Elemental-Schaden. Nehmen wir die Taus-Dart-Gutis. Das dauert wieder ewig. Entschuldigung. Einmal noch. Jetzt ist er hin. Na, endlich. Wurde aber auch Zeit. Sehr gut. Wub 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 fiel Bibi-Lein. Na, ich gucke jetzt schon. Nein, schade. Aber Queen hat Level Up bekommen. Sehr gut. Wub 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 wub. Auch für ihn. Und Fähigkeiten wurden erlernt. so gut wenn wir jetzt schon beim anlegen sind kannst du jetzt komplett übersehen und vergessen dass du den schulring eigentlich machen müsstest ich bin zu tun das ist die eiko Boah, schau, die ist bald fertig da. Die ist da, ist aber fertig. Gut, gibt's jetzt vielleicht schon. Antireflex, Edelbeerle. Hm. Anfeuern. Mokus Amulett, Martinschild. Habant, Martin. Okay, Mokus Amulett auch. Ability Up kriegt sie auch dazu. Das wäre halt hier eine neue Bestie, ne? Ich bin fürs Haarband, ich sag's ganz ehrlich. Sie kriegt das jetzt von mir. Fertig, aus. Schluss, aus, Ende, fertig. Das kriegt sie jetzt, Punkt. So, der gute Vivi hat keine neue Waffe. Da sind wir nochmal auch fertig. Gold Käppchen, kriegt er damals Rotkäppchen. Ähm, da sind wir auch fertig. Das hab ich ihm mit Absicht gegeben, weil auch nichts mehr geht, ne? Die Hermesstiefel sind ja auch schon abgetragen. Da geht auch dabei nichts Neues, kriegst du das Halsduch. So, dann der gute Queena. Gold Käppchen ist auch schon vorbei. Die Chimieren Armreif ist gleich auch schon. Ja, da gibt's auch nichts. Gaia Kittel sind wir auch fertig wegen Fressdingens und so, ne? Gar nicht, das ist auch fertig. Super. Hat sonst auch nichts mehr. Äh, toll. Äh, warte, ich wollte dir eigentlich das Halsduch geben. Eigentlich. Weißt du was? Geh ihm die Gemeinstiefel. So, Ability Ups noch, ne? Queena, kannst du irgendwas? Boca, Herz und Auto Potion. Nein, die kann man nicht. Lieber Vivi, du vielleicht noch irgendwas? Na, die Auto Potion. Na, dann ist gut. Okay. Na, jetzt rennt er wieder rüber. So, ist fein. Und nix wie raus hier. Und? Hinüberspringen. Na. Ja, ist ein Wahnsinn, ne? So. Herr Mugri. Einmal zählen, bitte. Dann werden wir das Mugnet nochmal überprüfen. Den Shop nochmal überprüfen. Und dann gehen wir speichern. So, das Mugnet. Jetzt habe ich gar keine Briefe mehr, Koko. So, haben wir hierhin was. Und was Neues zufällig. Da, 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 da. Nö. Dann würde ich sagen, bitte speichern. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich bin dafür, dass wir hier speichern. So. Fertig. Na, passt. Alles gut. Danke, lieber Mugri. Ich wünsche dir was. Für die. So, wir hauen auch ab. So. Tapp, 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 tapp. Tut mir leid, Leute. Hat ein bisschen gedauert. Ihr seid als Erste draußen. Das heißt, dass du gewonnen hast, Zidane. Hm? Ist er denn nicht vor uns rausgekommen? Er stand schon vor dieser einen Wand, als wir ankamen, und hat uns groß was von seinem Sieg erzählt. Und dann sagte er was von, wie ist die Tage, und haute irgendwohin ab. Hm. Oder hat er es etwa gar nicht nach draußen geschafft? Hm. Seid so gut und wartet bitte hier. Ich gehe ihn mal schnell suchen. Alleine? Ist das nicht ein bisschen größenwahnsinnig? Wenn mich jetzt einer angreift, bin ich des Todes. Ich bin schon wieder da. Hallo? Äh, ich muss nochmal speichern, bitte. Sicher ist sicher. Hm. Jo. Fertig, Sama. So. Tschüss, Sikowski. Vielen Dank, lieber Mugli. Wart nicht darüber. Na nü. Obwohl, geht ja. Ich habe schon gedacht. Ist das nicht hin und raus. Ist da wer? Hm. Toll, sind wir alles nochmal absuchen. Hoffentlich greifen wir uns echt nicht an. Na, das ist... Na, das ist... Na, jetzt komm. Das ist jetzt lächerlich, oder? So. Wo ist er nur? Hm. Wo ist unser Freund? Wo ist unser Freund? Der Dickkopf. Ich wechseln wir halt ganz nach oben, oder? Hallo? Ist hier jemand? Hm. Geht jetzt vielleicht was? Hm. Hm. Dann ist wieder nichts. Dann nochmal ganz nach oben schauen, ne? Vielleicht ist er da oben irgendwo hängen geblieben. Und dann müssen wir halt wieder gehen. Hm. Irgendwie da ist auch niemand. So. Das heißt, wir gehen wieder. Obwohl das hier ganz schön merkwürdig ist, ne? Tja, das war dann wohl ein Schuss in den Ofen. Ich habe nämlich eingebettet, dass er dort bei der letzten Truhe, die wir geöffnet haben, irgendwo stecken müsste. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ich bilde mir ein, der müsste dort wo sein. So wie es ausschaut, haben wir echt wahnsinniges Glück. Und es gibt hier keine Gegner. Da ist auch niemand. Nur das, nur die Truhe. Ja. Da ist auch niemand. So, dann halt wieder runter. Dann gehen wir halt hier, ne? Hm. Das ist sonderbar. Warte mal. Das ist aber kein... Na, es gibt doch Gegner. Ich habe es herausgefordert. Ich wollte noch überprüfen, ob ich ab das die frechne Tür gewesen wäre. Ich glaube, da ist Flucht angesagt. Feuerspuk. Äh, ich kann nicht fliehen, ob ich nicht fliehen, ob ich nicht fliehen kann. Kann ich nicht fliehen? Ja. Und tschüss, ne? Ja, genau so ist es. Es ist wurscht, dass wir Geld verlieren. Das ist egal. Ich muss hier flüchten. Das geht nicht anders. Der muss doch irgendwo sein. Ich bin doch... Ich muss mich vor allem heilen. Ähm, ich habe mich nicht eingebildet, aber hier. Ah, was mache ich denn da? Was da oben, die wir haben? Ach, komm. Dein Ernst? Es kommen lauter Viecher. Verfehlt, das ist schön. Und wir hauen natürlich wieder ab. Und tschüss. Das gibt's ja nicht. Wer ist da? Titane, warum bist du zurückgekommen? Mahagon, was machst du hier? Das ist eigentlich mein Text. Ach, sag sie dir doch. Sollten wir uns noch einmal treffen? Dann als Gegner im Kampf. Oder bist du etwa gekommen, um mich zu verspotten? Jetzt, wo ich verwundert am Boden liege? Manchmal frage ich mich wirklich, ob du eigentlich diese kranken Ideen... Wo du diese kranken Ideen hier hast. Also wirklich. Als ich draußen ankam, da meinten die anderen, du wärst noch nicht wieder rausgekommen. Da hab ich mich halt so meine Gedanken gemacht. Und was bringt es dir überhaupt, dich für jemanden anderen einzusetzen? Deiner Denkwassel schließt sich mir beim besten Willen nicht. Was redest du bloß da bloß wieder? Dass ich hier bin, ist doch wohl selbstverständlich. Du setzt also dein eigenes Leben aufs Spiel, nur um mich zu suchen? Dann... Naja, wie du nun eigentlich die Dinge genau siehst, erschließt sich wiederum mir nicht. Aber bisher haben wir doch alle zusammengehalten und uns geholfen. Dafür sind Kameraden ja wohl schließlich da, oder nicht? Naja, wenigstens sehe ich in dir einen Kameraden. Und? Habe ich einmal einen Entschluss gefasst? Ändere ich meinen Grundsatz nicht einfach jedes Mal, nur weil mir die Umstände gerade nicht in den Kram passen? Kamerad... Das ist also Kameradschaftlichkeit? Jo, ich denke schon. Darauf läuft es hinaus. Aber über das Leben philosophieren können wir auch später noch. Wir sollten jetzt zusehen, dass wir hier rauskommen. Ist hier noch was versteckt? Ich glaube nicht, oder? Boah, langsam. Nein! Warum? Können wir fliehen? Ich hoffe, dass wir fliehen können. Sonst sind wir des Todes. Des Todes. Wir werden dann schnell bei Mogli umspeichern, wenn das alles funktioniert, wie ich das gerade möchte. Und werden dann... ...hut haben gehen. Wow. Und tschüss. Und tschüss. Ich will jetzt ein bisschen Gil, aber macht nichts. Das kriegen wir gleich wieder hin. So, nichts wie raus hier. Gutsch, 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 gutsch. Gül, gutsch. Bitte, Mugli, lass uns speichern. Danke dir. So, und Speicherplatz 1. Klatsch, klatsch mal gleich auf den ersten wieder drauf. Also hier. Yep. Und gut ist. Perfekto. Nein, alles gut. Dankeschön. Vielen Dank. So, das war's dann wieder für heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.